Was wollen wir heute machen? Ich hab Bock auf, in den Park zu gehen. Wollen wir es machen? Ja, sehr gern. Und da, ich brauch Gehirn zu pressen. Ja, schöne Straße. Dann gehen wir mal weiter in den Park. Ja, ich komme ja. Jetzt sind wir im Park. Und fressen Gehirn. Ja, wir wollen, komm, wir spielen. Aber was seid ihr denn für ekelste Gestalten? Schnell. Ein Bär. Ein Bärwulf. Ein Bärwulf geht. Oh, ich sterbe. Ach, ein Bärwulf. Ach, was ist das für ein schöner Tag. Ach, ein Gorilla. Ach, mehr scheißegal. Bär. Ich geh weiter. Bär. 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 Hier, mal ganz kurz die Situation. Ihr habt das Gefühl, ihr seid gerade beide zu laut. Und dass ihr dann sozusagen von ihr an der Hand hochstüren könnt. Ja. Also entweder eine Probe geht, vielleicht hoch, oder ihr macht beide leiser. Aber ich glaube, das funktioniert auch. Ihr müsst es nur wissen, dass ihr sozusagen so laut macht. Hilfe, 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 ein Bärwulf, Hilfe, 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 Hilfe. Habt ihr es gerade gehört? Ja, ist zum Glück. Ihr sollt wieder allen in den Flüstern und losgehen. Ach, er ist zum Glück. Will ich alle? 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 Oh, was? Ha, ha, ha. Am Ende ist doch doch noch alles gut. Oh, eine schöne Explosion. Hallo, willst du meine Frau werden? Nein, will ich nicht. Du bist zu klein. Echt? Okay, dann mach ich mich als größer. Ein bisschen kleiner. Psst, nein. Ungefähr so. Ein bisschen größer. Ungefähr so. So will ich dich heiraten. Und? Ah, ja. Und was? Angucken. Besuch. Sag ins Regen. Es ist nicht so gut. Ich weiß nicht.